Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-Strategiespieler und Zwergenfreunde zu, ja, Spellforce, Yord of Dawn. Oh, noch ein Angriff. Runenkrieger, zu mir! Okay, die Skilette sind angriffslustig heute. Ja, sofort! Also ja, ich schlag vor wir. Vorwärts! Oh, hier sind die Rollen, die ich übersehen hab. Folgt mir! Ja, eigentlich bin ich noch gar nicht so wirklich in... Schnell! Den Schlangenpass rein, sondern erst außen herum aufräumen ein bisschen. Schnell! Sofort! Also ja, ich denk mal, ich kann drauf vertrauen, dass die Ortsritter hier oben die pleinen Angriffe halten können. Ja, vorwärts! Folgt mir! Im Gegensatz zu den Ortsrittern auf anderen vorherigen Maps... ...sind die ja, erscheinen die ja recht stark zu sein. Ja, Todesboote und Lebensdiebe sind hier. Ja, Todesboote und Lebensdiebe sind hier. Was soll ich tun? So. Was soll ich tun? Mir nach! Und los! Zur Ehre Aonius! Zur Ehre Aonius! Sofort! Schnell! Aber ja, so wie es aussieht... Oh, hier gibt's auch noch etwas, das wir erkunden können. Sofort! Dann erkunden wir mal das Gebiet da. Also ja, die Höhenschleicher werden immer wieder hier respawnen. Was aber kein Problem ist, die kriegen wir recht leicht down. Hier scheint allerdings... Und los! Mir nach! Und los! Zur Ehre Aonius! Wir werden angegriffen! Die Diener der Nacht sind hier! Die Linien müssen halten! Und los! Für den Orden! Sofort! Ja, die paar kriegen sie down. Folgt mir! Für den Orden! Wir werden angegriffen! Ja, Schwarzkralle scheint wieder ein besonderer Gegner zu sein. Ein kleineres Level. Gehen wir mal kurz gucken, ob hier noch was ist, während die da das Lager einreißen. Ja gut, so wie es aussieht, rennen die Asche, die Höhenschleicher immer in meine Richtung. Okay, hier ist nichts mehr. Nur um dann zu sterben. Oder sie rennen dann irgendwelche Höhengänge rein. Flupp! Ja, sie rennt da in den Höhleneingang rein. Hier irgendwo oben gab es ja auch noch einen. Ja, hier. Die Sitzung ist recht schwach. Also, falls sie, ähm... Hier den Schlangenfass verstärken sollten. Sollte man sie recht schnell erledigen können. Vorsicht, Gegner! Runenkrieger! Zu mir! So, gucken wir noch, ob hier oben was ist. Außer Ruinen. Ne, hier sind auch nur Ruinen. Und ja, das Verfolg ist echt praktisch, wenn da die Truppen einfach unterwegs alles angreifen. So, da rennen noch mehr von denen. Ich gehe! Ich gehe! Ich gehe! Ich gehe! Ich stehe dauerl mal in meinen Skullfass rein. Hier! Oder auch nicht. Häe! Mein Avatar ist hier! Den Schlürfen der sollte er erledigen können. Sollen wir mal gucken, was noch da hinten ist. Na, das wollen wir, der Hilfe kriegt. Okay, jetzt zwei Kisten. Ah, da hinten werden sie wieder von Dings angegriffen. So, das war das letzte Upgrade für die Bevölkerung. Spitzhammer und ja, nix besonderes sonst. Spitzhammer und ja. Spitzhammer und ja. Spitzhammer und ja, schlank Pass. Spitzhammer und ja. 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 Jawohl, rufen wir mal doch die beiden Paar-Hüterinnen. Spitzhammer und ja. Spitzhammer und ja. Oh, er ist so tot. Ja, unsere Heilerinnen gehen gerade drauf. Hm, wie viel Heilerinnen habe ich verloren? Drei. Eins, zwei, drei. Wohin soll ich gehen? Das sind sieben, also fehlt noch drei. Es sind zu viele. Die Diener der Nacht sind hier. Wehrt euch, Schwestern! Na, hab Lust. Wehrt euch, Schwestern! Was soll ich tun? Befehl in Windeseile. Elends Segen. Was? Ich gehe. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, wie das ging mit den... Ich besetze und haltet die vier Eigenge. Ich gehe. Deswegen ich einfach mal weitergehen werde. Naja, es ist wirklich so. Immer wenn ein... Eines von den Skeletten hier... In den Tunnel rein rennt er respawnen. Da Asche-Skelette an der Stelle. VARIOUS! Oooohhh... Mmmmmm! the